Und Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2 Player B. In der letzten Folge muss ich mal überlegen, was haben wir da gemacht. Wir haben die Armbrust geholt. Wir haben... ...eis geholt. Ich weiß mal, dass wir sicher was wir alles gemacht haben. Muss ich jetzt grad noch selbst mal gucken. Aber besser gucken ich jetzt gleich mal auf die Karte. Außer wir erstmal gucken, ob wir ihn so in der Kiste haben. Vielleicht weiß ich's dann wieder. Ah ja, wir hatten ja den Heli gesprengt. Genau, den Heli hatten wir gesprengt. Dann hatten wir die ganzen Schlüssel bekommen. Das behalten wir mal, das behalten wir mal. Das behalten wir mal. Den Renate, wo muss ich mal mit. Wir haben schon drei Tablets immer dabei. Da ist doch jod. So, musste ich jetzt eigentlich... Äh... B-b-b-b-b... Musste ich jetzt... Erstmal ein SAA ausrüsten. Äh... War ich da hin? War ich schon da eigentlich? Ich glaube... ...ja... Stimmt, wir hatten die ganzen Schlüssel ausgerüstet. Gehen wir mal auf die Karte. Karte... 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 Tut mal überall. Da waren wir... Da waren wir dran... Da waren wir dran... Okay, dann geht's jetzt. Genau. In den Gang. Wo wir den Herzschlüssel hier haben. Oder den Herzschlüssel gebraucht haben. Viel mehr. So. Hier haben wir ja alles erledigt. Genau. Müssen wir jetzt in den Gang gehen. Genau. Achja... So. Ach... Hier sind ja noch welche. Solange ich mir gerade ein Wegschirr ist... ...mit alles scheiße, ja. So. Mal sehen, was uns da erwartet. Okay. Nein! Böses Zombie aus! So. Verwarscht mich mal ein bisschen. Okay. Ist ja ein bisschen blöd immer dieses Nachladen. Da haben wir einen daneben geschossen. Noch einmal daneben geschossen. So. So. Okay. Wir hatten uns just ein bisschen Hantiererei jetzt. Glauben hoch. Nein! Okay. Hier ist keiner mehr. So. Achja. Ist ne Kacke hier. Haben wir hier die Munition oder Granaten? Ist ne Säurepatronen? Oh, okay. Heldschmeißer die Säuregranaten genommen. Naja. Kann man ja nie wissen. Okay. Dann werden wir uns diese Folge uns um den Kreuzchen kümmern. So. So. Haben wir auch das Anweser? Ist nix. So wie es sich jetzt nicht anhört. Wow. So viel zum Thema hier ist keiner. So. 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 Wann Agent ¯ß müssen wir ja die Tanue immer wie Emperor die Armbots nutzen. So. Wo ist dasoot? Ja? Oh wait, der klaut wird wirklich aber dass wir noch ein noch tauchen lahmland ist. Ich hab ja tatsächlich eine체적inale Rassverung angefangen. hier fleisch ins 1 legen doch da kerosin granaten wunderschön aber auch ein gutes grau ist auch so wenn wir uns an einem schreck genehmigen so das wollen wir auch mal sehen wir jetzt kommen hier haben wir wieder die stadt strom rätsel meine nase kribbe das schlimmer hoch runter hoch hoch 90 müssen wir als 90 und das müsste eigentlich passen ja wunderbar energie noch hier wollte ich erstmal die scheiß karte wieder erstmal die karte mit holen ja verstehe ich so dann nutzen wir jetzt die armen muss gerade noch für zwei gegner noch weil dann haben wir es eigentlich also müsste es eigentlich reichen für zwei gegner hat noch dann können wir die auch ablegen so verwege karten ist ja wunderbar da geht es zum parkplatz da braucht eigentlich nicht hin wäre blödsinn also ich muss jetzt nach hier hier verwege karte verpiss dich ich glaube der lebt noch naja egal mir soll es scheiße ja sein so brau wies rote kraut lasch mal liegen nehm ich gleich am rückweg nehm ich mit so sicher möchte ich runter weil jetzt kommt ferre so k erzählt der auch nicht조ö dieser gang jahre zu bedeuten hat Köhööööööch Pfffh So Glücks Glau- Äh Rotes Dinger, rote Scheiss... keine Ahnung was So Das Kerosene Zeug... ... das tun wir mal... Weg Dafür müssen wir uns den Tier mit Das weg Farbbänder, Farbbänder, Farbbänder und mittels Farbänder da sind die. So. Tun mal gerade. Verbinden das. Dafür tun wir jetzt die normalen Granaten weg. Halten die solche Granaten im Anschlag. Wobei, brauch ich eigentlich gerade im Moment noch gar nicht. Ach komm, lass mal da. Dafür tun wir das hier weg. So. Zack, zack. Der ist fertig. Weil mit einem Schuss da jetzt rumzulaufen, das ist ehrlich gesagt Blödsinn. Wir holen mal wieder den SAA aus. Ich finde das irgendwie cool. Ach ja, so. Ich muss jetzt Sherry eigentlich bekommen. Ja. Sherry! Oh, mein Hals kratzt. Ich glaube schon, André wird krank. Schwimmung nehmen. Ah. Nein! Ich nicht! Was ist das Problem? Hast du mich nicht? Und dann schlaufen Sie mich nicht? Nein! Es ist nicht so, Claire. Es ist wegen meiner Vater. Er ist da. Ich hörte ihn nennen. Ich hab ihn nennen. Ich nennen sie mich nennen. Ich nennen sie mich nennen. Er muss sich von den Schuss getroffen haben. Ich muss ihn helfen. Ich muss ihn helfen. Ich muss ihn helfen. Gutes Gelingen, Mäuschen. Warte, Sherry, geh nicht allein! Sherry! Sherry! So, wer erkennt diesen? Kaum hier! Ja, ganz klar! Das ist der, wo wir mit Dings, mit Aida hier runtergehen können. Wahrscheinlich auch, dass ich jetzt ein bisschen ausweichen kann. Wow. Okay. Wir werden jetzt erstmal hier runtergehen. Und der lieben Klär noch ein bisschen Saft besäuen. Bevor wir uns um den, ähm... Na... Um den... Ach, Mann! Bevor wir uns um den Kreuzschüssel kümmern. So, jetzt hab ich's doch. So. Jetzt kommt mit, die beschissenste Stelle, bei Klär. Denn... In den Abwasser nehmen wir noch gerne nicht. In diese Scheiß-Kistenschieberei. Und mit... Du bist doch bei... Mit der da drübergeklettert ist. Äh... Größte zum Kotzen ist das doch. So. 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 Aber wie stark der Kind ist, hat er schon so eine ganz schwere Kiste unterschieben kann, ne? So. Einmal. So. Oh, gleich Spargel gerade. So. So. Weg runter. Und... Ran damit. So. Jetzt wieder rauf... Oder runter. Und wieder rauf. Wie lange hat die braucht wieder hochzuklettet. Mein Gott. Das ist ein kleines Kind, ne? habe ich gerade richtig gesehen, da hat sich der Anhänger sogar mitbewegt ist er noch nie aufgefahren, aber da hat der Anhänger sich da schon so mitbewegt geil so da kommt Sherry hoch, das Bein und nochmal und nochmal was zum Arsch holen wir uns jetzt den Kreuzschlüssel halleluja dann wollen wir mal, Kreuzschlüssel müsste jetzt da sein genau wenn wir jetzt noch heiz zurückkommen ist glücklich glücklich und zufrieden okay, erst mal ein Abflug lebt wohl ihr Zombies klare klare are you there yes sherry are you okay did you find your dad yes i'm okay but i couldn't find him but i did find something else for you here here's another kräftigen wurfarm kräftigen wurfarm kräftigen wurfarm die kleine neue ink blöde warte scherry 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 ich glaube ich kann da jetzt das glaube ich nicht verpflichten zu gehen oder ja kommt jetzt nicht mit mr x ist der t ich habe alles von der tln ist der x ist der officer x Tschüss, ihr Wauwaus. Ihr könnt mich mal. Kreuzwalze. So. Hohohoho. Knappi, knapp. Knappi, knapp. Schönt ihr mal ein Licker. Zweifeln für die Fischern sogar. Wauwauwauwau. Holy moly. Knappi. So. Boah... ich mussa eher mit... mit'sm Spatz auf Kanonen schiate. Jaa. Naja egal. Oh, krass, das ist alles. Wir sind auf einmal wieder so viele Typen da. Meine Flesse. So. Munitioner. Munitione, Munitione, und Munitione. So. Jetzt können wir uns hier die Sachen holen. So. Und die Taschmum uns auch noch mit, weil dafür haben wir sie ja da gelassen. Beim ersten Mal brauchen wir das nämlich überhaupt nicht. So. Jetzt können wir zehn Sachen tragen. Wunderhübsch. So, das heißt, wir können jetzt zu dem Polizeiwagenauto, wie auch immer gehen. Die ist gerade fertig geworden. So. Gehen wir doch jetzt direkt mal hier durch. Keine Zeit, dass Mr. X kommt. Da ist ja gewöhnlich gut aussehende Mr. X, Mr. T. Oh, weh. Oh, weh. Oh, weh. Oh, weh. So. So. Das Wort mit euch. So. Was finden wir denn jetzt noch hier? Noch einmal spannend. So. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. So. 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 Nein! Nichts mehr. Okay, aber wir sollten den Filmen könnten wir uns nehmen. Aber, nö, danke. Ist doch die Zeit, 20 müssen wir noch. So. Und die Kräuter hat sich eigentlich schon abgesnackt, aber... Und noch gerne wieder mit, ne? So. So. Ja. Ich geh aber jetzt auch wieder zurück ins Polizeirevier. Und hier haben wir jetzt noch Ambus-Bolzen, schön. Kann man die Ambus wieder laden. So. Dann kommen wir uns jetzt wieder auf dem Weg zum Polizeirevier. Weil wir. Ich weiß nicht, was ich hier jetzt noch sollte. So. So. Und ab. So. 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 Vorbei wenn ich schon hochgehe. Werde ich mir dann da ne doppelte Dosis machen. Und dann, ähm... Scheiße. Komm her. ... ... ... ... ... ... ... Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Das Mikro weg. ... 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